Unser lieber Grisou, schon in frühester Jugend hat er den unbändigen Drang, in sich verspürt, Feuerwehrmann zu werden. Nur dazu fühlte er sich beruhigt. Ich werde Feuerwehrmann! Ich werde Feuerwehrmann! Interessant, ist er Feuerwehrmann geworden? Nein, das ist doch geradezu unglaublich! Es ist mir eine besondere Ehre und ein großes Vergnügen, auf die Fähigkeiten und Erfolge unseres verehrten Mitbürgers Grisou hinzuweisen. Ja hallo Leute, herzlich willkommen zu einem wirklich unspektakulären Video diesmal. Eigentlich auch ein Video, was überhaupt nicht in meinen Kanal passt. Aber ich muss einfach mal loswerden, was mir beim Testen der neuen Grillsoße von Knorr, das ist übrigens eine Limited Edition, passiert ist. Also ich war gestern in einem Supermarkt und ich bin ein Freund von angenehm scharfen Grillsoßen. Und als ich diese Soße hier gesehen habe von Knorr, welche sich Drachenfeuer nennt. Feurig scharfe Chilisoße. Man kann es glaube ich erkennen, ja. Das ist die Verpackung. Feurig scharfe Chilisoße. Da habe ich mir gedacht, Mensch, hallo, hallo, Grisou, Grisou, hallo, Grisou der Feuerwehrmann. Der muss doch hier normalerweise so rumbaumeln, damit man den Brand gleich, dieses Feuer gleich löschen kann. Ich werde Feuerwehrmann! Was auf der Zunge explodiert, wenn man das Grillgut mit diesem Drachenfeuer bestreicht und auf der Zunge zergehen lässt. Ja, na gut, Grisou ist nicht aufzufinden gewesen in dem Supermarkt. Gut, ich habe mir diese Soße trotzdem mitgenommen, so mutig war ich. Und zu Hause kam dann das ganz nüchterne Ergebnis. Diese Grillsoße, welche sich Drachenfeuer nennt, ist vom Geschmack her gleichzusetzen mit noch nicht mal mittelscharfen Ketchup und einer Unternote von Ras El Hanoum. Ja, dieses orientalische Gewürz da, ja, auch mit, ich glaube, Kurkuma, Zimt und was da alles drin ist. So eine leicht orientalische Unternote, ja. Also es ist Ketchup mit ein bisschen Ras El Hanoum drin. Ja, da war mir dann auch klar, Grisou der Feuerwehrmann, der braucht da gar nicht drum rum zu hängen, um dieser Flasche, damit man dem Verkoster da eventuell das Feuer von der Zunge löschen kann. Grisou war bereits in der Flasche drin, hat das Feuer gelöscht. Anders kann ich es mir nämlich nicht vorstellen, denn diese Soße ist nicht annähernd feurig scharf. Liebe Leute von Knorr, wenn ihr diese Soße exemplarisch für, wenn diese Soße also exemplarisch für Drachen sein soll, dann muss man sich wohl nicht wundern, warum die ausgestorben sind. Und es ist irgendwie, ich brauche auch keine, wie gesagt, eine Verpackung, wo feurig scharf draufsteht und innen drin ist da irgendwie nur Ketchup mit ein bisschen orientalischem Gewürz drin. Das ist also ein Schuss in den Ofen. Das muss nicht sein. Und wenn diese Soße von euch scharf sein soll, dann muss auf die Soße, welche meine Lieblingsgrillsoße ist, das ist nämlich kühne Brandstifter, dann müsste quasi auf diese Flasche ein FSK 18 batten. Denn diese Soße ist meines Erachtens nach bis heute, es gibt auch noch Sondereditionen von Kühne wiederum auch mit Barbecue und Scharf und nach wie vor ist diese Soße meine absolute Nummer 1, mein Favorite Brandstifter von Kühne. Das Ganze geht zurück, das ging irgendwie mal los 2007. Da hat Kühne auch Sondereditionen gehabt dieses Jahr. Das war einmal himmlische Verführung oder irgendwie sowas und dann noch teuflische oder höllische, keine Ahnung was. Heute ist ja das Gegenproband von Brandstifter ist ja Unschuldsengel, genau. Unschuldsengel heißt das heute. Die habe ich übrigens auch, die schmeckt auch wunderbar zu Fleisch. Da habe ich dann, nachdem ich mir diesen angeblich so scharfen Probanden gekauft hatte, 2007 von Kühne, ich glaube teuflisch oder höllisch irgendwas war das, war auf jeden Fall mit dem Teufel drauf, habe ich dann zu Hause auch genauso eine Enttäuschung erlebt, wie hier mit diesem Drachenfeuer von Knorr. Das war nämlich überhaupt gar nichts. Das war noch nicht mal eigentlich, das war nicht schärfer als normale Chilisoße, die man kauft, so eine 0815 Chilisoße. Da habe ich der lieben Firma Kühne einen wirklich ergreifenden Brief geschrieben, wirklich geschrieben, in einem Briefumschlag, Briefmarke drauf und hingeschickt. Das Ergebnis von Kühne kam ein Jahr später mit Brandstifter. Sonderedition, nur für kurze Zeit. Da habe ich dann nochmal einen Brief geschrieben, habe gesagt, liebe Leute von Kühne, ihr habt die beste Grillsoße, gebaut, die man sich überhaupt auf Erden kaufen kann. Bitte nehmt die aus der Limited Edition raus und bietet die grundsätzlich und immer an. Denn es ist die beste Grillsoße. Meines Erachtens nach. Ich brauche wie gesagt auch nicht hier diese 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 Qualenpampe von Pepper King, wo man sich am nächsten Morgen beim Kötteln einen Kamillenbeutel an Anus drücken muss. Ich mag es wirklich angenehm scharf und das ist wirklich angenehm scharf und auch diese diese ganze Würzerei drumherum, die das ist diese ganze Soße, die ist so abgerundet, die ist so perfekt. Ich will jetzt hier nicht Kühne in den Himmel loben, aber das ist definitiv meine Nummer eins. Und Drachenfeuer, liebe Leute von Knorr, wenn ihr die nächsten Flaschen abfüllt, dann würde ich darauf achten, dass ihr da mal wirklich aufpasst, dass der kleine Grisou Feuer, wenn man nicht immer in die Flaschen rein krabbelt, vorm Verschließen und das Feuer da drin löscht. Dann wird das vielleicht auch mal was. Also diese Soße könnt ihr ja, glaube ich, ganz getrost vom Markt nehmen. Also das ist nichts. Leider Knorr, das Video musste sein, denn ich hatte keine Lust, einen Brief an euch zu schreiben und deswegen mache ich das hier einfach mal über ein Video. Also Knorrfeuerdrachen VS Kühne Brandstifter and the winner is So, ja, das war es eigentlich im Wesentlichen und ich habe noch Lust, ein bisschen was über Burger zu erzählen, also was ich für Soßen benutze, wenn ich mir einen Burger zusammenbaue. Ja, Burger. Da gibt es für mich privat so zwei verschiedene Geschmacksrichtungen und zwar einmal ist das der typische rauchig schmeckende Barbecue Burger, so wie der Double Steakhouse bei Burger King oder aber dieser schöne Double Chili Cheese, den mag ich auch sehr mit diesen eingelegten Jalapenos drauf und das sind meine beiden Lieblingsburger mit und die mache ich mir zu Hause gerne selber. Ich kaufe mir 0815 Burger Brötchen, weil die fallen nicht auseinander, also nicht diese XXL. XXL Brötchen habe ich Erfahrung gemacht, dass die einzigen, die nicht auseinanderfallen, die von der Firma Golden Toast sind, also von Harry, von der Firma Harry, grottenmäßig schlecht, fallen auseinander, wie die billigsten aus dem Supermarkt, also da kann man, glaube ich, nur die von, ja, das waren nur die von Golden Toast. Kann sein, dass es natürlich noch andere Hersteller gibt, die ich jetzt so nicht kenne, das will ich ja gar nicht sagen, aber ich nehme die kleinen, die reichen vollkommen aus, etwas weniger Weißbrot, dafür ein bisschen mehr Beef und da fange ich an mit dieser Japello Jalapeño Käse Variante, also wie dem Long Chili Cheese von Burger King, da habe ich einmal diese Soße, diese Cheese Soße mit Jalapeño, Squeeze Cheese, die habe ich von Real hier vor Ort, die ist sehr, sehr klasse, die nehme ich auf dem Brötchen auf der Unterseite, Moment, ich glaube gleich klingelt, ich muss mal kurz ausmachen, so bin ich zurück, ja, die, die nehme ich auf der Brötchenunterseite und auf der Brötchenoberseite nehme ich von Devil Eye die Burgersauce, die ist, glaube ich, die originale, das ist die originale Soße von Big Mac, von Big Mac, dem Restaurant, welches sich nicht besuche, weil die nur Rinderabfälle verarbeiten, die mit Chemikalien gewaschen sind, ja, und auf der Unterseite kommen dann zuallererst dann noch ein bisschen eingelegte grüne Jalapeños drauf, ja, ein bisschen frischer Eisbergsalat, ein bisschen frische Zwiebeln, dann kommt dann auch schon die Bulette drauf, darüber halt eine Scheibe Schieß, ja, Chester-Scheibe und da kommt dann auf die Brötchenoberseite nochmal ein bisschen Röstzwiebeln, ein bisschen Tomate und dann wird das zusammengeklappt. Manchmal nehme ich natürlich auch noch schön eine gegrillte Scheibe Bacon mit rein, ja, das ist auch eine sehr tolle Sache, hat einen super, super geilen Unterton, dieser Burger, da mit dieser, mit dieser, diesem, äh, Bacon-Schinken drin, das ist so diese, ähm, Jalapeño-Cheese-Variante, die ich mir sehr gerne mache und das gleiche, also von der Zusammenstellung, was ich drauf mache, ist eigentlich immer gleich, nur dann halt, ähm, die Barbecue-Version, da benutze ich ganz gerne von Heinz die Soße Barbecue, die ist absolut klasse, ich glaube, die benutzt sogar Burger King auf ihrem Double-Stack-House, das Ganze kann man dann noch ein bisschen verschärfen mit, natürlich, Smoky & Fiery von Heinz, das kann man dann halt auch machen, Brötchenunterseite, die Barbecue, auf der Brötchenoberseite die Mexican Smoky & Fiery, welche dann aber auch wieder gut ist und das ist von Knorr, die Barbecue-Chili-Soße, die kombiniere ich auch ganz gerne mit der Heinz-Barbecue-Soße oder halt dann auch noch, wenn es noch ein bisschen rauchiger sein soll, die Garlic-Barbecue Rich Roasted, das ist dann also quasi die, ja, die Barbecue-Version von dem Burger, wie gesagt, leicht belegt, frische Zwiebeln, Eisbergsalat, Jalapeno eingelegt, ja, Zwiebel habe ich gesagt, Geröst, Zwiebeln, Tomaten und dann, ja, Chester-Scheibe und dann halt Beef, ist halt immer gleich, nur halt diese beiden Varianten, wollt ihr euch mal vorstellen, welche Soße man dafür benutzt und es schmeckt wirklich klasse, wenn man dann auch noch Buletten, also diese, diese Burger-Buletten benutzt von Blockhaus beispielsweise oder sich sogar selber macht vom Schlachter des Vertrauens und die dann schön grillt und dann auch noch diesen Bacon-Schinken dazu grillt, da braucht man überhaupt gar nicht mehr irgendwie einen Burger-Laden aufzusuchen, das schmeckt einfach nur klasse. So, das sind meine Soßen-Vorschläge für Burger gewesen für euch und damit verabschiede ich mich von euch, das war so dieses kleine Burger-Special oder Add-on oder wie auch immer, eigentlich ging es ja um die, um das Drachenfeuer von Knorr, wo leider Gottes Grisou, der Feuerwehrmann, reingekrabbelt ist und das Feuer schon vorher gelöscht hat, aber na gut, ich danke euch fürs Zugucken, bis zum nächsten Mal, ciao! Ich werde Feuerwehrmann!